Hallöchen Leute, willkommen zur neunten Episode meines Let's Plays Firewatch. Ich bin euer gut gelaunter Davy und ich begrüße euch hiermit ganz herzlich zurück. Ja, neun Episoden schon. Nun es wird absurder, unabsurd. Die Höhle. Tun wir uns jetzt tiefer und tiefer eindringen, um zu schauen, was wir hier finden werden. Wir haben ja schon einen Schuh hier gefunden. Na, wo wird er sein? Nein. Ah shit. Wir machen da. Das ist das Kind bestimmt. Nein. 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 Ich mach nochmal ein Foto, dass es hier markiert wird. Nein, das Kind ist gestorben. Das liebe Kind. Und wir können jetzt nicht mehr rennen. Ich glaube, das war die Sache, die niemand hier drin finden sollte. Oder vielleicht die, wo er angefangen hat zu saufen. Oder sie da oben. Vielleicht wussten sie von dieser Leiche. Nur niemand sollte es herausfinden. Mal gucken, ob wir es schaffen, hier rauszukommen, um diesen Vorfall zu melden. Wir können jetzt nicht mehr. Wir können jetzt nicht mehr rein. Wir können jetzt nicht mehr rein. Wir müssen hier rauskippen. Und wir müssen hier rein. Okay. Wir müssen hier rein. Ja, wir gehen hier raus. A body? God, what a mess! Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or... made to look like a climbing accident. Mhm. Whoever is out there did it. They killed him. Can we just put this stupid shit aside for a minute? That boy is dead. He was just a sweet kid. They didn't kill him, okay? Why kill a boy? I don't know. Delilah. You should have told someone he was out here. Just stop. Okay, I know. Maybe he would have... Henry, you insensitive shit. You don't think I know he'd be alive if it weren't for me? And I fucking know it's my fault. I'll never forget that it's on me. Tag 79. Nach dem Fund der Leiche von Brian Goodwin. Die Wendung steigt. Steigt. Ist sie vielleicht die Mörderin? Ich will jetzt versuchen zu verschwinden, so wie es aussieht. Aber draußen her ist ein... Gradiose, muss man sagen. Sollen wir den Whisky mitnehmen? Ja, den nehmen wir mit. Whisky ist immer wieder gut. Sollen wir mitnehmen? Sollen wir mitnehmen? Sollen wir mitnehmen? Sollen wir mitnehmen? Ich habe nichts zu sagen. Ich bin gut. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... mich über ihn da unten in der Nähe. Und... Ich will einfach weit weg von hier. Was muss ich... Wir müssen einfach warten für die Helicopter. Okay. Until then, ob du den Signal folgen? Vielleicht... Holy crap. Ja... Oh my god. Wir wissen nicht, was es ist. Es wäre nichts. Es wäre jemand, jemand, der uns zu hören. Wer macht den Tape. Okay... Ja, um... Look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. Alright, look, if something happens... I'll remember you. Am I walking into a trap right now? I hope not. I would much rather remember you from a bar somewhere and not a jail cell. Please find who made that tape. Hoffen wir mal, dass wir den Weg jetzt hier raus finden. Es ist schon konfus alles hier. Und jippa! Den Weg sind wir noch gar nicht gelaufen. Wo laufen wir überhaupt hin? Jetzt frage ich mich grad wirklich. Ja, unsere Feuerwache ist zu Ende, Leute. Ah, okay, da kommen wir raus, alles klar. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe gerade. Das ist mein Problem eher. Ich hätte eher, glaube ich, auf dem Signal wirklich achten sollen. Das war jetzt auch ein bisschen Humbug, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Vor der Karte her. Wo bin ich jetzt gerade? Ja, ich denke vielleicht, da müssen wir wirklich so simply drop hin. Laufen wir mal dahin jetzt. Es kann ja nur einen Weg geben, wie wir hinkommen. Das Signal wird stärker. Ja, simply drop, habe ich mir fast gedacht. Oder? Nee, da sind wir ein bisschen zu weit weg, glaube ich. Okay. Es hat aufgehört zu piepsen und das ist nie gut, wenn es aufhört zu piepsen. Okay, wir müssen da hoch. Da. Da. Irgendwie müssen wir da hoch. Oh je, wenn wenigstens die Blick, das Blickfeld besser wäre. Also muss ich irgendwie in den Süden kommen, also da hoch. Also ich bin schon noch richtig, glaube ich. Okay, da sind wir doch zu unnötig gelaufen hier. Aber hier wird gespeichert. Okay, dann hätte ich nicht hier hochgeben müssen. Ja. Ja. Ich muss runter. Da sind wir wieder zu früh hoch. Wir knacken auf angegangen. Okay, dann schön. Das Signal wird stärker und schneller. Ich muss jetzt da hoch. Okay. Okay. Jetzt brauche ich die Karte. Wo ist ihr? Also es hieß ja jetzt immer noch, dass ich das Ding folgen soll. Okay. 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 Spannend. Okay. 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 Ja... Alles klar. Sollen wir das benutzen? Ja komm, wir benutzen es. Das ist ja nämlich unser Seil. Außer, jemand wird es jetzt losmachen, wenn wir da hochgehen. War doch nett. Okay. Gut. Interessant. Sehr interessantes Konzept von dem Spiel, muss man sagen. Es ist sehr interessant aufgebaut. Ja, jetzt brauche ich nur auf die Karte mal zu schauen, wo wir hin müssen. Ich muss da hin, alles klar. Ich muss gerade aus nach oben. Okay, komm. Karte weg und rennen. Okay. Interessant. Wizards. Vatertagskarte für the best and dead. Das ist ein Aufenthaltsort hier. Da ist ein Foto von ihm. Alte Batterie. Okay, das brauchen wir jetzt nicht zu wissen. Okay. Okay. Interessant. Okay. Man muss meine Frau nach elf Jahren Ehe verlassen. Abgesetzt durch Programmier. Leider verdammt nochmal. Alte Schreibmaschine, Kaffee. Ganz komisch hier. Okay, hier wurde auch die... Hier wurde einiges mitgenommen, wie man sieht. Krass. Und du solltest das mitnehmen. Ich wusste, dass er viel Zeit auf seinen Handen hatte. Ich glaube, er hatte viel Zeit auf seinen Händen. Diese Boombox sieht so aus. Er war mitgebracht. Er war mitgebrachte Batterien aufgelistet, um seine Sachen zu halten. Echt krass. Krass. Bierdosen. Die Bücher, okay. Funkgerät. Gartenstuhl. Alles Meldung. Ja, das stimmt. Moment. Okay, raus können wir hier nicht. Also hat er uns jetzt nur gezeigt, wo sein Weg war. Okay, interessant. Oder wo er es sich versteckt hat. So rumformuliert. Okay, da komme ich schon mal nicht runter. Hoffen wir mal, dass wir da runter kommen. Ne, da kommen wir nicht jetzt wo runter. Ich muss hier einfach nur an der Saal jetzt runter. So, da müssen wir jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich hier wegkommen, Leute. Es ist echt sehr hart hier alles. Oh, es wird auch anstrengend für uns immer mehr, wie wir sehen. Sehr kontrovers. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. So, Henry. Klettern. Interessant. So, dann versuchen wir uns jetzt so schnell wie möglich auf den Weg zu machen, dass wir natürlich unser Gebiet aufsuchen. Wir sind aber natürlich auch schon ein Stückchen weg, hä? Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind. Da sind wir. Es ist schon ein Stück. Es wird schon noch jetzt ein kleiner Weg bis zum gewünschten Punkt, wo wir hingehen sollen. Aber das werden wir schon schaffen. Es wird ein kleiner Marsch, aber es ist alles machbar, meine guten Freunde. Es ist alles machbar natürlich. Hoffen wir mal, dass wir es rechtzeitig schaffen, aus diesem Wald hier rauszukommen. Ein gradioses Spiel bis jetzt mit sehr konfusen, merkwürdigen Elementen von einer Story, die auch faszinierend tut und auch sehr verwirrend ist. Aber schon interessant. Muss man geschehen. Deswegen bin ich hier mit dem Part und danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Davy. Tschüssi. Ich bin klar. Ich bin klar. Ich bin klar. Ich bin klar. Hände ich dankbar. Händen wir nicht. Ja, ich bin klar. Das war kein Fisch. Ned wollte sein Sohn sein, um zu schnauern und zu tun, was er selbst gemacht hat, aber Ryan nicht konnte. Und wie hat das funktioniert, Henry? Ich bin sorry. Gott, es wäre so leicht zu erzählen, die Wahrheit zu erzählen und ihn zu Hause gebracht haben. Ich kann nicht zuhören, zu denken über das. Du hast nicht die Wahrheit gesagt, wenn sie dich gefragt haben. Du hast ihn nicht zu Hause gebracht. Nein. Du musst nur mit ihm leben, Delilah. Es wird nicht so schwer sein. Wenn du so sagst. D. Oh, fuck. Ist das ein Helikopter? Ja, hold on. Hey! Nein, da ist noch ein. Ja, hier, ja. Ja, er kommt. Okay, uh, ein Sekunden. Hey, sie sind hier, aber sie machen Rounds. Sie werden zurückkommen. Um, ich denke, ich werde mit ihnen gehen. Um, D. Was ist, wenn sie nicht zurückkommen sind? Sie werden zurückkommen. Das ist ihre Arbeit. Was ist, wenn wir... ... etwas über... ... etwas über... ... etwas? Ich weiß. ... was ist, wenn sie nicht zurückkommen sind? Henry, du bist zufrieden. Es ist nichts, was passiert ist. Sie werden zurückkommen für dich. ... etwas überprüfen, wenn sie nicht zurückkommen sind. Warte. Ich werde gehen. ... zu dem stichtes Punkt zu kommen. Aber ich spende jetzt auf jeden Fall jetzt der Part. Euer Davy. Bis morgen. Tschüssi. ... Piekowski.